Was ist Solana? Solana ist ein Blockchain-Netzwerk, das sich auf schnelle Transaktionen und einen hohen Durchsatz konzentriert. Es verwendet einen einzigartigen Transaktionsmechanismus, der sehr hohe Geschwindigkeiten ermöglicht. Die Nutzer können ihre Transaktionsgebühren und die Interaktion mit Smart Contracts mit der netzwerkeigenen Kryptowährung SOL bezahlen. Eine der größten Herausforderungen für die Blockchain-Technologie ist derzeit das Thema Skalierbarkeit. Immer mehr Projekte wachsen stetig und stoßen somit oft an Grenzen, was die Transaktionsgeschwindigkeiten und die Bestätigungszeiten betrifft. In der Folge steigen die Transaktionsgebühren und die Transaktionsdauer wird immer länger. Solana zielt darauf ab, diese Einschränkungen zu beseitigen, ohne die Sicherheit oder Dezentralisierung des Netzwerks zu beeinträchtigen. Die Solana Blockchain wurde 2017 von Anatoly Jakovenko gegründet und verwendet eine neue Methode zur Verifizierung von Transaktionen. Bitcoin, Ethereum und viele andere Projekte haben mit ihrer Herangehensweise Probleme hinsichtlich ihrer Skalierbarkeit und Geschwindigkeit. Mit der neuen Methode, die Solana als Proof of History bezeichnet, kann die Solana Blockchain tausende von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Solana ist eine Proof of Stake Blockchain der dritten Generation. Sie basiert auf einer einzigartigen Methode, um ein vertrauenswürdiges System zur Bestimmung des Zeitpunktes einer Transaktion zu schaffen, den sogenannten Proof of History. Die Nachverfolgung der Reihenfolge von Transaktionen ist bei Kryptowährungen von enormer Bedeutung. Bitcoin tut dies, indem es Transaktionen in Blöcken mit spezifischen Zeitstempeln bündelt. Jeder Node muss diese Blöcke im Konsens mit anderen Nodes validieren. Dieser Prozess sorgt allerdings dafür, dass eine erhebliche Wartezeit für die Nodes entsteht, um einen Block über das Netzwerk zu bestätigen. Solana wählt stattdessen einen anderen Ansatz und diesen schauen wir uns jetzt mal genauer an. Solana-Transaktionen werden alle unter Verwendung der SHA-256-Hash-Funktion gehashed. Diese Funktion erzeugt für jede Eingabe eine einzigartige Ausgabe, die extrem schwer vorherzusagen ist. Die Ausgabe wiederum dient als Eingabe für den nächsten Hash und die Reihenfolge der Transaktion ist nun in die gehashed Ausgabe integriert. Dieser Hashing-Prozess schafft eine lange, ununterbrochene Kette von gehasheden Transaktionen. Diese Funktion erzeugt eine klare, überprüfbare Reihenfolge von Transaktionen, die ein Validator zu einem Block hinzufügt, ohne dass ein herkömmlicher Zeitstempel erforderlich ist. Das Hashing benötigt außerdem eine bestimmte Zeit, um abgeschlossen zu werden. Das bedeutet, dass die Nodes leicht überprüfen können, wie viel Zeit vergangen ist. Proof-of-History unterscheidet sich von dem Verfahren, das Bitcoin als Teil seines Proof-of-Work-Konsenssmechanismus verwendet. Bei Bitcoin sind Blöcke große Gruppen von ungeordneten Transaktionen. Jeder Bitcoin-Miner fügt die Zeit und das Datum des Block hinzu, den er basierend auf seiner lokalen Uhrzeit abschließt. Die Zeit kann bei anderen Nodes abweichen oder sogar falsch sein. Die Nodes müssen dann herausfinden, ob der Zeitstempel gültig ist. Durch die Anordnung der Transaktionen in einer Kette von Hashes verarbeiten und übertragen die Validatoren weniger Informationen in jedem Block. Die Verwendung einer gehasheden Version des letzten Stands der Transaktionen reduziert die Zeit für die Bestätigung eines neuen Blocks erheblich. Es ist wichtig zu verstehen, dass es sich bei Proof-of-History nicht um einen Konsensmechanismus wie Proof-of-Work oder Proof-of-Stake handelt. Es ist vielmehr eine Möglichkeit, den Zeitaufwand für die Bestätigung der Reihenfolge von Transaktionen zu reduzieren. In Kombination mit Proof-of-Stake ist die Auswahl des nächsten Validators für einen Block viel einfacher. Nodes benötigen weniger Zeit, um die Reihenfolge der Transaktionen zu validieren, das heißt, das Netzwerk wählt schneller einen neuen Validator. Das Solana-Team hat im Großen und Ganzen acht technische Kernfunktionen entwickelt, damit die Blockchain den Fähigkeiten eines dezentralen Systems entspricht. Proof-of-History ist vielleicht die bemerkenswerteste, aber es gibt noch weitere, ich stelle euch hier mal ein paar vor. Zum einen gibt es da Turbine, das ist ein spezielles Protokoll zur Blockverbreitung. Dann gibt es den Gulfstream, das ist ein Transaktionsweiterleitungsprotokoll ohne Mempool. Also Mempool ist bei Bitcoin der Ort, wo Transaktionen warten, die bereits verschickt wurden, aber noch nicht in der Blockchain aufgenommen wurden. Dann gibt es zum Beispiel noch C-Level, das sorgt für parallele Laufzeiten für Smart Contracts und Pipelining, das sorgt für die Validierungsoptimierung einer Transaktionsverarbeitungseinheit. Diese Eigenschaften schaffen vor allem ein leistungsstarkes Netzwerk, das Blockzeiten von weniger als einer halben Sekunde erreicht und tausende von Transaktionen pro Sekunde verarbeitet. Zum Vergleich, die Blockzeit von Bitcoin beträgt etwa 10 Minuten und die von Ethereum etwa 15 Sekunden. Schauen wir uns jetzt noch kurz an, was der SOL-Token ist. SOL ist die Kryptowährung von Solana, die als Utility-Token funktioniert. Die Nutzer benötigen SOL, um Transaktionsgebühren zu bezahlen, wenn sie Transaktionen durchführen oder mit Smart Contracts interagieren möchten. Ähnlich wie bei Ethereum erlaubt auch Solana Entwicklern Smart Contracts zu erstellen und Projekte auf Basis der Blockchain zu realisieren. SOL verwendet das SPL-Protokoll, SPL ist der Token-Standard der Solana Blockchain sowie ERC20 auf Ethereum. Der SOL-Token hat zwei Hauptanwendungsfälle. Erstens die Zahlung von Transaktionsgebühren, wenn man das Netzwerk oder Smart Contracts nutzt. Und zweitens das Staking. Jeder kann seine SOL-Tokens ohne einen Mindestbetrag ganz einfach staken, damit das Netzwerk am Laufen halten und dafür eine Belohnung erhalten. Falls ihr wissen möchtet, wie man ganz einfach in das Projekt Solana investieren kann, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort habe ich ein Video von mir verlinkt, wo ich Schritt für Schritt zeige, wie man ganz leicht den SOL-Token kaufen kann. Abonniert doch gerne den Kanal, um keine neuen Videos zum Thema Kryptowährung zu verpassen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie immer gerne in den Kommentaren.